Hallo und herzlich willkommen bei Bahnbericht Bahn, eurem Format für alle Neuigkeiten und Besonderheiten rund um die Eisenbahn in Bahn und Umgebung. Auf diesem Kanal wagen wir gerne einen Blick in die Zukunft. Auch heute ist es wieder soweit. Wir sehen uns den aktuellen Planungsstand zur Schnellfahrstrecke zwischen Ulm und Augsburg an. Wir werden uns ansehen, warum es das Projekt gibt, was die möglichen Trassenverläufe sind und wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist. Und was das alles mit dem Deutschland-Takt und mit dem transeuropäischen Eisenbahnnetz zu tun hat. Ich will euch an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es diesen Kanal hier auch auf Instagram gibt. Ich überfragte euch dort nicht mit Real-Stories, Beiträgen und so weiter, aber ab und an gibt es da auch interessante Einblicke. Folgt mir dort gerne. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann habe ich noch eine zweite Bitte. Solltet ihr meinen Kanal hier auf YouTube noch nicht abonniert haben, macht das bitte gleich. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Das ist natürlich völlig kostenlos. Ich würde mich darüber sehr freuen und ihr würdet mich und meine Arbeit damit erheblich unterstützen. Vielen Dank. Nun gut, sehen wir uns an, um was es bei dem Projekt geht. Also eigentlich ist die Strecke nur ein Streckenabschnitt des transeuropäischen Korridors von Paris über München, Wien nach Bratislava und Budapest. Der Magistrale für Europa. In diesem Kontext stehen einige Eisenbahnprojekte, die immer mal wieder hier auf den Kanal angeschnitten werden. Zur kürzlich eröffneten Neubaustrecke Wendlingen-Ulm hatte ich bereits ein Video erstellt. Stuttgart 21 gehört als Fortsetzung dieser Neubaustrecke auch dazu. Und die ABS 38 mit dem Ausbau München-Mühldorf-Reilassing ist auch wichtig dafür. Zwischen München und Augsburg ist die Strecke bereits ausgebaut. Und von Stuttgart westwärts existiert bereits eine Neubaustrecke. Also fehlt eigentlich nur noch der Abschnitt zwischen Ulm und Augsburg. Ja, und für den soll es jetzt eine neue Neubaustrecke als Ergänzung zur Bestandsstrecke geben. Also die Magistrale für Europa ist die eine Dimension, weshalb die Strecke geplant wird und gebaut werden soll. Die zweite ist lokaler zu finden, der Deutschlandtakt. Für den Zielfahrplan zum dritten Entwurf des Deutschlandtakts ist eine Fahrzeit von maximal 26 Minuten zwischen Ulm und Augsburg erforderlich. Sonst können die Anschlusszüge in Ulm oder in Augsburg nicht erreicht werden. Dafür braucht man eine Schnellfahrstrecke, die bis zu 300 km pro Stunde Spitzengeschwindigkeit zulässt. Und hieran wird nun geplant. Sehen wir uns aber zu Beginn die aktuelle Infrastruktur an. Die aktuelle Strecke schweift nördlich von Augsburg-Oberhausen aus der Strecke Augsburg-Donauwörth aus und verläuft ab da gen Westen. Die Ausfädelung findet Kreuzungsfreistadt. Das heißt, die Streckengleise müssen nicht gekreuzt werden und es können gleichzeitig Züge nach Donauwörth und nach Ulm ausfahren sowie einfahren. Auch gibt es eine eigene Einfädelung für Regionalverkehr, da diese die Gleise weiter westlich nutzen. Bis Dinkelscherben geht es mit wenig Kurven dahin. Das hat den Hintergrund, dass hier bereits 1992 auf 200 km pro Stunde ausgebaut wurde. Das war damals als erste Maßnahme eines größeren Projektes, das den Verkehr zwischen Augsburg und Stuttgart bestäunigen sollte. Nach Dinkelscherben geht es etwas gemächlicher dann dahin. Hier wurde nämlich noch nicht ausgebaut und somit sind hier viele Kurven zu finden. In Neuoffingen kommt die Strecke aus Donauwörth hinzu, die von der Agilis betrieben wird. Diese wird auch teilweise für Umleiterverkehr verwendet. Neuoffingen selbst jedoch ist ein reiner Betriebsbahnhof und kein Personenzug halt. Das nächste ist dann Günzburg, bekannt für das Legoland. Westlich von Günzburg fanden wiederum ein paar Ausbaumaßnahmen bereits Ende der 80er Jahre statt. Hier ist die Höchstgeschwindigkeit aber auf 160 km pro Stunde begrenzt. Der Bahnhof Neu-Ulm, kurz vor Ulm, wurde schon mal grundsätzlich erneuert. 2007 wurde er unter dem Projektnamen Neu-Ulm 21 in ein Trogbauwerk verlegt. Der kurze Streckenabschnitt zwischen Neu-Ulm und Ulm wurde dabei auch viergleisig ausgebaut. Eigentlich wird in diesem Streckenabschnitt dann aber auch nur noch die Donau überquert und dann hat man schon den Hauptbahnhof von Ulm erreicht. Das ist also der momentane Stand. Man will aber nun die Strecke ausbauen bzw. man sollte sie sogar dringend ausbauen. Es wird mehr Kapazität gebraucht und es werden kürzere Fahrzeiten gebraucht. Das hatte ich ja schon angesprochen. Also es gab ja damals bereits ein Projekt, weshalb Augsburg Dinkel-Scherben auf 200 kmh ausgebaut wurde. Nach dem Ausbau ging aber eigentlich nichts mehr vorwärts. Im Jahr 2004 wurde es sogar aus den Investitionsplanungen des Bundes komplett rausgestrichen. Das änderte sich erst wieder mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030, der 2016 veröffentlicht wurde. Es wurden drei Varianten vorgesehen. Variante 1 ist eine rein dreigleisige Ausbaustrecke zwischen Neu-Ulm und Günzburg und eine weitere zwischen Dinkel-Scherben und Augsburg jeweils für 200 kmh. Der Nutzen-Kostenfaktor ist hier jedoch nur 0,7 und die Fahrzeugverkürzung würde nur zwei Minuten betragen. Die Variante 2 ist eine Neu- und Ausbaustrecke zwischen Neu-Ulm und Dinkel-Scherben für 250 kmh und ein drittes Gleis zwischen Dinkel-Scherben und Augsburg. Die Fahrzeugverkürzung würde hier zehn Minuten betragen und der Nutzen-Kostenfaktor ist mit 2,1 angegeben. Die dritte Variante sieht eine komplette Neubaustrecke zwischen Ulm und Augsburg mit bis zu 250 kmh vor. Die Fahrzeugverkürzung wäre hier 15 Minuten, der Nutzen-Kostenfaktor ist mit 2,7 angegeben. Ja und wie das immer so ist, schon kamen die ersten Bedenken. Vor allem Günzburg hatte Angst vom Fernverkehr abgeschnitten zu werden. Es ist ja schön, dass eine Stadt mal Angst hat, dass zu wenige Züge durch ihr fahren. Meist wird sich ja über zu viele Züge beschwert. Also hat man den Günzburgern versprochen, dass sie weiter an den Fernverkehr angebunden bleiben. Es geisterten zwei Ideen rum. Ein neuer Fernverkehrshalt an der A8 analog zu Limburg oder Verbindungskurven zum alten Bahnhof. Aber es kam noch ein zweiter wichtiger Faktor hinzu. Der dritte Entwurf des Deutschlandtags. Schon reichte nämlich der Ausbau oder Neubau mit 250 km pro Stunde Spitzengeschwindigkeit bei einigen Varianten nicht mehr aus. Für den Deutschlandtakt braucht man 26 Minuten. Also bleibt eigentlich nur eine Option, eine komplette Neubaustrecke. In manchen Varianten sogar mit bis zu 300 kmh Höchstgeschwindigkeit. Mit Anbindung von Günzburg. Und das war dann der Planungsauftrag. Unter diesen Prämissen hat die Bahn dann Planungen angestellt. Es wurden vier Varianten erstellt und diese dann 2020 veröffentlicht. Und diese wollen wir uns nun genauer ansehen. Das Hauptproblem, mit dem die Planer konfrontiert waren, war, dass es relativ dichte Besiedlungen an den in Frage kommenden Strecken gibt und andererseits einige Landschaftsschutzgebiete eine Streckenführung über einige Gebiete verhindern. Darum kamen unter dem Strich nur diese vier Varianten raus, die im Folgenden vorgestellt werden. Also wesentlich weniger, wie man von anderen Neubaustreckenplanungen zu Beginn der Planungszeit kennt. Diese Grobtressen sind dann jeweils 500 m breite Korridore, die später dann enger festgezurrt werden. Die Varianten sind nach Farben benannt. Nun gut, starten wir mit der Variante Violett. Sie folgt erstmal bis auf Höhe Dieburg der Bestandsstrecke mit bis zu 230 km pro Stunde. Dort bügt sie dann nördlich ab und strebt mit 300 km pro Stunde der A8 entgegen. Nach zwei kürzeren Tunnels wird Susmershausen südlich umfahren. Meine persönliche Meinung, ein potenzieller Kandidat für einen Regionalzug halt. Also sollten hier Susmershausen dazusehen, fordert doch diesen halt ein. Nach Susmershausen geht es dann in einem relativ langen Tunnel westwärts. Bei Burgau trifft die Neubaustrecke auf die A8. Dicht gebündelt mit der Autobahn wird die Bestandsstrecke gekreuzt. Weiter geht es entlang der A8 durch kürzere Tunnel bis nach Leibheim. Bei Unterfahlheim fädelt man in die Bestandsstrecke ein, welche hier dann bis Ulm für bis zu 230 kmh ausgebaut werden soll. Für die Gemeinde Bullaufingen ist optional eine Umfahrung vorgesehen. Für die Anbindung Günzburgs müssten zwischen Burgau und Unterfahlheim die Altstrecke benutzt werden. Die Reisezeit verkürzt sich so auf 26 Minuten zwischen Augsburg und Ulm. Für Züge über Günzburg würde die Reisezeit 40 Minuten betragen. Weiter geht es mit der Variante Türkis, welche die Reisezeit auf sogar 23 Minuten verringern würde. Sie ist eine reine Neubaustrecke. Nördlich von Augsburg wird direkt die Nähe zur Autobahn A8 gesucht. Nördlich dieser geht es bis Streitheim, wo sich die Strecke von der Autobahn löst und nördlich von Wollbach vorbeiführt. Bei Burgau wird die Bestandsstrecke überführt und die A8 unterquert. Südlich geht es dann auf ziemlich direkten Weg weiter bis Ulm. Da diese Variante die kürzeste ist, reicht hier sogar ein Ausbau auf 250 kmh für die angestrebte Reisezeit. Eine Anbindung von Günzburg erfolgt analog zur Variante Violett. Für den Umweg werden 38 Minuten veranschlagt. Die Variante Orange führt ziemlich analog zur Variante Türkis aus Augsburg heraus. Hier verlässt man aber die A8-Trasse nicht in Streitheim, sondern folgt der Autobahn weiter und fährt südlich an Wollbach vorbei. Ab der Querung der Bestandsstrecke in Burgau hält man sich weiter an der Autobahntrasse und nah zur Violettentrasse bis auf Höhe des Legolands in Günzburg. Dort biegt man aber südwärts ab in Richtung der Türkisentrasse. Auf Höhe Burlofingen wird aber der Brandstätter Baggersee nördlich umfahren, um dann kurz vor Neu-Ulm wieder auf die Bestandsstrecke einzuschwenken. Auch hier reicht der Ausbau auf 250 km pro Stunde für 25 Minuten Fahrzeit bzw. 38 Minuten, wenn es über Günzburg geht. Die letzte Variante ist die Blaugrüne. Sie ist eine Kombination aus der Variante Blau und der Variante Grün, die beide aber verworfen wurden. Hier baut man die Strecke Augsburg-Dinkelscherben für 230 bis 250 km pro Stunde aus. Westlich von Strecke Augsburg-Dinkelscherben gibt es einen Neubauabschnitt mit 300 km h, der durch Tunnels die aktuell kurvige Bestandsstrecke erheblich begradeckt. Die Bestandsstrecke wird hier nicht in Burgau geschnitten, sondern südlich der Nachbargemeinde Scheppach. Weiter geht es dann entlang der Türkisentrasse. Kissendorf wird aber südlich umfahren, um dann den Brandstätter Baggersee analog zur Orangentrasse nördlich zu umfahren. Mit dieser Variante werden die Fahrzeitvorgaben aus dem Deutschlandtag genau eingehalten. 26 Minuten zwischen Augsburg und Ulm, beziehungsweise 40 Minuten beim Umweg über Günzburg. Zum Vergleich, der aktuelle Fahrzeug beträgt 42 Minuten. Ja, wie geht es nun weiter? Eigentlich war geplant, das Raumordnungsverfahren Anfang 2023 zu starten. Also jetzt eigentlich. Am Ende dieses Verfahrens steht dann eine Vorzugstrasse mit 20 Meter Breite. 2024 wollte man dann diese Vorzugstrasse wissen. Wollte. Leider hat sich auf die Ausschreibung niemand beworben. Jetzt ist das Projekt etwas im Verzug. Es wird nun damit gerechnet, dass die parlamentarische Befassung, die nach dem Festlegen der Vorzugstrasse folgt, erst Ende 2024 im Bundestag stattfinden kann. Danach steht dann die Entwurfsplanung, an deren Ende das Genehmigungsverfahren steht. Das führt dann das Eisenbahnbundesamt aus. Das ist dieses ominöse Planfeststellungsverfahren. Weiter geht es dann mit der genauen Ausführungsplanung. Da kann man dann auch gleichzeitig mit der Vergabe der Bauleistungen und dem eigentlichen Bau beginnen. Und danach kommt die Inbetriebnahme. Aber bis dahin wird noch viel Wasser die Donau runterlaufen. Aber selbst wenn es noch etwas dauert, das ist eine der wichtigsten Strecken in Süddeutschland für den Güter- wie auch für den Personenverkehr. Ich bin froh, dass das Projekt jetzt mit höherer Priorität angegangen wird. Hoffentlich kann man sich mit allen Anreinern gütlich einigen und die Neubaustrecke wird nicht zu sehr durch Geklagen und Bedenkenträgern blockiert. Ich hoffe auch, dass vor Ort die Vorteile gesehen werden. Dass zum Beispiel ein schneller Regionalverkehr mit Regionalzughalten in Zussmaßhausen eingefordert wird. Ich denke, so kann man auch vor Ort wirklich dann Verständnis für die Maßnahme erwirtschaften. Übrigens soll die Strecke auch echt güterzugtauglich werden. Alle Tunnel werden eingreisig ausgeführt, alle 5 km soll es eine Überleitstelle geben und alle 20 km einen Überholbahnhof. Und auch die Neigung ist auf güterzugtaugliche 8 Promille begrenzt. Das finde ich richtig wichtig und gut. Nun hoffe ich, dass ich euch viele wertvolle Informationen mitgeben konnte. Zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben und lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich würde mich darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.